Die DHV News vom 9. August 2024. Staatsanwaltschaft Landshut, Musterprozess zu Stecklingen. Bundeswehrsoldaten dürfen nicht in Freizeit kiffen. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirksgroßschopp. Herzlich Willkommen bei den DHV News. Einige Vorbemerkungen habe ich wieder und zwar erstens schon wieder zwei neue Videos hier im Kanal veröffentlicht zum Thema Cannabis-Normal-Konferenz. Die nächsten zwei Sessions einmal Eigenanbau, Growing Deep Talk heißt die Session und ja, wahnsinns Reichweite. Die hat schon ein paar Tage nach Veröffentlichung deutlich über 20.000 Views gehabt. Mehr als die anderen, die auch schon gut laufen. Also eigentlich haben wir die Konferenz tatsächlich für 10.000 Leute gemacht und nicht nur für die paar, die da waren sozusagen. Und die andere Session, da war ich auch live größtenteils dabei. Und live ist doch immer noch ein bisschen anders, ein bisschen irgendwie beeindruckender und dabei ja irgendwie jedenfalls. Die ging um CSCs, Prävention in Anbauvereinigungen, diese Session. Also was ist da mit den Präventionsbeauftragten, was ist deren Aufgabe, was kann man da sinnvoll überhaupt machen an Prävention in den Anbauvereinen und so weiter. Da komme ich gleich auch nochmal zu, zu dem Thema, als eigenen Punkt. Aber erstmal die Session ist jetzt online, könnt ihr euch angucken. Dann Thema Führerschein. Habe ich letzte Woche alles erzählt, hat sich nichts daran geändert. Es ist immer noch nicht in Kraft getreten, diese 3,5 Nanogramm Grenze. Es ist immer noch offiziell jetzt bei einem Nanogramm. War wieder eine Woche des Wartens und des Guckens aufs Bundesgesetzblatt sozusagen. Und es nervt ja natürlich, selbstverständlich. Jeder Tag, der da vergeht, kostet im Zweifelsfall Führerscheine von nüchternen Autofahrern. Und insofern ist das natürlich eine prekäre Sache und verstehe auch die Ungeduld, die da dahinter steckt. Und wir sind selber ungeduldig, ja. Aber ich sehe nicht, dass da jetzt irgendwie strategisch böser Wille dahinter steckt. Aber das führt natürlich zu allen möglichen Spekulationen und zum Murren und so weiter. Vielleicht deshalb auch nochmal irgendwie Appell ans Bundespräsidialamt. Macht das doch mal mit der Urlaubsvertretung irgendwie. Ja, regelt das mal mit der Unterschrift. Weil sonst kommen die Leute wieder schon so auf so Ideen wie, die verzögern jetzt die Unterschrift nochmal, damit sie bei der Anfahrt zur Hanfparade nochmal irgendwie einen Haufen Leuten die Führerscheine abnehmen können. Und so ist natürlich Blödsinn, aber es gibt auch keinen vernünftigen Grund, wieso eben die Unterschrift noch nicht geleistet worden ist. Wobei die längste, der größte Teil des Verzugs durch Wissing entstanden ist, unser Ministerium zumindest, dass diese Urschrift erst zwei Wochen nach der Sitzung im Bundesrat ausgespuckt hat, sozusagen. Und bei Steinmeier im Amt liegt die Vorlage überhaupt erst seit anderthalb Wochen ungefähr. Aber da liegt sie eben auch wieder rum. Und normal geht das schneller. Sind eben Urlaubszeiten. Ich habe nochmal nachgeguckt. Tatsächlich Steinmeier, der Kalender ist ja online, den kann man einsehen. Ich schmeiße euch auch die ganzen Quellen wieder in die Videobeschreibung. Der hat am 19.8. den ersten Termin jetzt wieder. Und seit 1.8. war der letzte. Am 1.8. so lange ist er jetzt scheinbar weg. Und vielleicht auch weiter weg, da er da jetzt nicht unbedingt den Kurier nach, was weiß ich, Timbuktu hinterher geflogen kriegt, damit er das unterschreibt. Aber dafür hat man ja nochmal eine Urlaubsvertretung. Das war ja beim Cannabis-Gesetz damals auch so. Da ist ein Kurier zur Ministerpräsidentin Schwesig gefahren damals, die als damals Vorsitzende des Bundesrates seine Vertreterin war und auch unterschrieben hat. Aber dieses Bewusstsein dafür, dass das eben auch ein eiliges Thema ist, mit dem THC-Grenzwert scheint jedenfalls nicht so da zu sein. Denn Schwesig hat auch diese Woche, die jetzt gerade vergangen ist, auch wieder Steinmeier vertreten. Ganz offiziell laut bundespräsidialamt.de oder bundesrat.de, da steht das. Habe ich euch, wie gesagt, auf die Quelle reingeworfen. Sie hat diese Woche Steinmeier vertreten, ist da. Ja, ich dachte, die hat vielleicht auch Urlaub, aber hat sie nicht. Die hat gerade jetzt irgendwie diese Woche auch nochmal die 33. Hanse-Sale eröffnet irgendwo da an der See und so weiter. Also die ist da, die arbeitet, aber unterschreibt das Gesetz nicht. Warum auch immer. Da ist ein Punkt, wo man vielleicht wirklich denken könnte, das ist Unwille. Ja, kann schon sein. Die hat ja offensichtlich keinen Bock auf die ganze Cannabis-Reform. Hat damals schon wahrscheinlich keinen Bock abzunterschreiben, aber da war es eben so präsent, so wichtig irgendwie, dass sie es halt machen musste irgendwie oder sich halt breitschlagen lassen. Kann sein, als sie diesmal gesagt hat, komm, wir müssen halt nicht unterschreiben. Ja, man soll das steinig machen, wenn er wieder da ist. Aber das nervt halt. Ja, das ist schon, das muss nicht sein eigentlich, denke ich mal. Andererseits ist es tatsächlich auch so, dass in diesen Sommerwochen normalerweise relativ wenige Gesetze tatsächlich unterschrieben werden. Hat auch jetzt nochmal jemand recherchiert, diese Geschichte, dass das also schon mal vorkommt. Dass im Sommer wochenlang jetzt Gesetze nicht unterschrieben wurden, obwohl die eben auch durch die Parlamente durchgegangen sind und eigentlich alles klar ist. Das ist also nicht der erste Fall. Das ist jetzt nicht super ungewöhnlich, dass das dann auch nicht unterschrieben worden ist in dieser Urlaubszeit. Naja, wie gesagt, Quellen in der Videobeschreibung. Letzter Punkt vielleicht nochmal, habe ich auch letzte Woche schon mal erwähnt. Hasso Zuliak hat diese Antwort sich vom Bundespräsidialamt abgeholt, dass die Vorlage jetzt da ist. Die haben auch gesagt, explizit, sie können keinen genauen Zeitpunkt nennen, wann das unterschrieben wird, wegen Urlaubszeit. Und dass es in der Regel zwei Wochen dauert. Könnte vielleicht ein Wink mit dem Zauberfahrt sein mit den zwei Wochen. Das war am 31.07. Ja, dann wird vielleicht nächste Woche. Kann aber auch sein, dass übernächste Woche wird. Übernächste Woche Montag ist nämlich Steinmeier dann auch offiziell mit den ersten Terminen wieder am Start. Und die letzte Vorbemerkung. Es gibt wieder einen weiteren genehmigten Cannabis-Club in Niedersachsen. Niedersachsen ist jetzt bei acht genehmigten Cannabis-Clubs. Acht sind auch abgelehnt worden tatsächlich, aber acht sind genehmigt worden. Und alle anderen Bundesländer haben, soweit wir wissen, bis jetzt keinen einzigen Anbauverein genehmigt. Handfahrade, jawohl. Das ist natürlich, habe ich letzte Woche noch nur so bei den Terminen irgendwie plötzlich gesehen, oh, das ist ja schon bald, muss ich mal viel mehr irgendwie nochmal Gedöns machen hier in den News. Das mache ich jetzt hier mit. Ja, alle, die noch rechtzeitig die News sehen, geht zur Handfahrade. Ja, logisch, natürlich. Wir sind natürlich nicht zufrieden. Der Motto der Handfahrade ist Legalisierung, aber richtig. Und das ist genau das richtige Motto. Ja, so hatten wir auch beim GMM schon, bei den Demos zum Global Marihuana-Marsch. Shops statt Cops, da läuft ungefähr das Gleiche raus. Ja, wir wollen vernünftige Fachgeschäfte und ganz viele Murks noch abschaffen aus diesem Cannabis-Gesetz. Nicht geringe Menge, ja, und so weiter. Noch eine höhere Führerscheingrenze, THC-Grenzwert möglichst. Heißt, Eigenanbau, Obergrenze, Besitz-Obergrenze, es gibt so viele Themen, wo wir noch zu tun haben. Jetzt ein Konsumverbot auf Volksfesten hat ganze Gedön. Also, ja, wer jetzt nicht zufrieden ist mit der Situation, die wir jetzt haben, nämlich gar keine Legalisierung. Eigentlich, die Legalisierung würde ja bedeuten, es gäbe einen Verkauf. Das ist auch keine Teillegalisierung, das ist eine Endkriminalisierung. Von daher, für Legalisierung müssen wir weiter auf die Straße gehen. Und es ist die erste Hanfparade in der neuen Zeit sozusagen, wo Konsumenten legal unterwegs sind, legal konsumieren dürfen, legal besitzen dürfen. Die Hanfparade hat diese Woche noch eine Pressemitteilung rausgegeben, wo die schreiben, am Samstag wird die Hanfparade in Berlin erstmals so duften, wie das Klischee es seit 1997 von ihr behauptet. Ja, die gehen selber davon aus, dass jetzt da irgendwie viel mehr gekippt wird. Ja, und das auch genossen wird sozusagen. Und ich gönne das auch allen, feiere das mit allen zusammen, die jetzt da die neue Freiheit genießen und eben auch nicht nüchtern auf der Hanfparade unterwegs sind und sich da ihres Lebens freuen und ein bisschen zur Musik tanzen und so weiter und so fort. Hauptsache, kommt ja wunderbar. Aber ich will bei dem Punkt, bei dem Anlass auch nochmal darauf hinweisen, man kann auch nüchtern zur Hanfparade gehen. Ja, es gibt eben auch Leute, die konsumieren zwar gerne, aber für die ist das eher eine beruhigende Substanz, eine entspannende Substanz und die machen das eher bei eben entspannten Runden irgendwie, wo sie nichts mehr groß zu tun haben und da jetzt keine riesen Aktionen mehr vorhaben. Und die Hanfparade ist schon auch ein bisschen Arbeit, ja. Das ist jetzt nicht nur irgendwie rumliegend irgendwo speskenmäßig, sondern das ist ja auch ein anstrengender Latsch durch die Stadt. die Reden, den Reden zuhören und so weiter. Ja, das ist auch Arbeit, ja, politische Arbeit, die wir leisten müssen sozusagen, ja, um nochmal vorwärts zu kommen. Und viele, die vielleicht noch nicht so ganz einschätzen können, wie Cannabis jetzt bei ihnen wirkt, die jetzt eher so aus der Anfängerriege kommen sozusagen oder die sogar wissen, ja, dass sie eher müde werden davon und eher entspannte Sachen gerne machen. Ihr müsst nicht kiffen auf der Hanfparade, ja, auch wenn das jetzt legal ist, auch wenn das jetzt so motto-mäßig rüberkommt und so weiter. Und dass da so der große Hype ist. Man kann auch für seine Rechte eintreten und dabei nüchtern sein. Ich für meinen Teil gehe immer unbekifft sozusagen zu Messen und Paraden und so weiter, weil ich das da nicht gebrauchen kann, die Wirkung. Ja, das ist mir viel zu anstrengend dann. Und das bringt euch ja auch nichts, wenn ihr am Ende viel zu breit irgendwie euch in den Park setzt und gar nicht mehr losgelatscht kriegt sozusagen, wenn die Parade losgeht. Ja, da habt ihr nichts von, habt die Parade nichts von und die gute Sache und die Legalisierung nichts von. Und insofern, wenn ihr schon wisst, ihr fühlt euch eigentlich wohler, wenn ihr da nicht bekifft seid auf der Parade, dann kifft ihr halt nicht. Ja, dann kommt das so vorbei. Das ist auch in Ordnung. Ich persönlich habe da natürlich auch eine hohe Konzentrationsleistung zu tun. Ich muss eine Rede halten und werde wahrscheinlich ein oder 200 kurze Gespräche führen. Wird ja ständig angequatscht. Das ist stundenlanges Reden und Konzentrieren. Das kann ich nicht, wenn ich kiffe. Ja, das ist Quatsch. Da würde ich spätestens, wenn ich das 5. mich anspreche, würde ich sagen, also eigentlich ist das gerade viel zu viel und aus dem Raff ich überhaupt nicht, was du mir erzählen willst. Also manchmal ist das auch in Ordnung, nicht zu konsumieren. Aber so oder so, ja, wenn ihr das gebacken kriegt und euch das nicht so sehr sediert und ihr da irgendwie spaßig tanzen könnt die ganze Zeit, wunderbar, dann macht das halt. Wie auch immer. Ich freue mich, euch zu sehen auf der Anfahrt. Bundesrechtsanwaltskammer will die nicht geringe Menge streichen. Haben die jetzt in einem Statement nach der Sitzung einer Arbeitsgruppe der Bundesrechtsanwaltskammer nochmal bekräftigt und an die politischen Akteure geschrieben und so weiter. Thema, also bleib nicht locker bei dem Thema. Es gab auch wieder weitere Urteile zur nicht geringen Menge. Ja, das bleibt einfach dabei. 7,5 Gramm THC führt zu einer drastischen Strafverschärfungsstufe. Da ist man eben mit Knast unterwegs. Und 7,5 Gramm THC ist halt ein Witz. Das ist viel zu wenig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das kann ich schon überschreiten, wenn ich einfach 50 Gramm legales Hasch aus dem Anbauverein mir hole und dann zu Hause liegen habe. Das ist also tatsächlich ein Thema, wo auch die Politik am meisten noch, naja, Verständnis verzeigt, dass das wirklich dringend geändert werden muss. Einer der wenigen Punkte, wo man überhaupt drüber reden kann, dass es vielleicht vor der Wahl nochmal irgendwie was gibt, nicht sehr wahrscheinlich, vielleicht dann auch nach der Wahl, aber versuchen kann man zumindest und das Bewusstsein in der Politik dafür weiter schärfen. Und da ist das ein toller Beitrag, dass die Bundesrechtsanwaltskammer sich dazu auch nochmal äußert. Und im Grunde ist halt auch genau die gleiche Stellungnahme, die wir auch schon zum Kabinettsentwurf abgegeben haben und vorgetragen haben, nämlich am liebsten gar keine geringe Menge einzuführen. Das ist nicht nötig. Die Strafen für die anderen Tatbestände sind hoch genug. Und es gibt auch andere Punkte, wo man eben in diese höhere Strafbarkeit kommt, was bei sich Verkauf an Jugendliche oder eben als Bande und mit Waffe und so weiter, da bleibt ja alles stehen. Aber diese albernen 7,5 Gramm, das ist halt Quatsch und das braucht man eigentlich bei Cannabis nicht. So oder so nicht. Ja, es gibt auch so genug Strafe, wenn man da jetzt irgendwie illegal verkauft, ohne zu versteuern und so weiter. Ja, schöne Initiative. Link in der Videobeschreibung. Noch eine schöne Initiative ist gekommen von Lieb Deutschland. Law Enforcement Against Prohibition, also Gesetzeshüter gegen Prohibition. Viele unserer Zuschauer hier kennen den Laden sozusagen. Und jetzt kommt mal wieder was. Und zwar eine schöne Kampagne. Legal statt kriminell nennen die das. Und sie wollen halt bewusst sein bei der Polizei, insbesondere dafür fördern, dass eben die Konsumenten jetzt legale Leute sind und nicht mehr Kriminelle und so weiter und dass sie sich mal entspannen sollen und nicht versuchen sollen, wie man in manchen Regionen sieht, eine maximale Repression aus diesem Gesetz noch rauszuquetschen und alles Mögliche zu versuchen und nochmal irgendwie den Leuten blöd zu kommen und irgendwelche Strafverfahren einzuleiten, obwohl das jetzt nicht unbedingt zwingend naheliegend ist oder notwendig oder so. Insofern ein schöner Aufschlag. Bin gespannt, wie das jetzt weitergeht dabei, Lieb mit dieser Kampagne, ob was da noch so kommt. Kann man nur hoffen, dass das auch bei den Polizisten selber ankommt. Na, das ist natürlich der Sinn der Sache. Das ist ja unter anderem auch eine Organisation von und für Polizisten. Schön, dass die gibt es ja, weil GdP und so weiter, die anderen Polizeigewerkschaften, ja, immer noch auf dem Repressionspfad irgendwie unterwegs sind. Und es ist wichtig, dass eben so eine Stimme auch mal kommt, die auch von Seiten der Polizei selber, man sagt, ja, kommt Leute, jetzt lass mal gut sein, ja, lass mal die Leute in Ruhe. Mustercurriculum für CSC-Präventionsbeauftragte ist jetzt vom Bundesgesundheitsministerium veröffentlicht worden. Viel zu spät natürlich, ja. Also da geht es ja darum, was die Präventionsbeauftragten, die es laut Cannabis-Gesetz in jedem Anbauverein geben muss, was die überhaupt machen sollen und was für eine Schulung die bekommen sollten und welchen Inhalt diese Schulungen haben sollten. Das war auch von Anfang an so geplant, aber die müssten natürlich jetzt irgendwie vor zwei, drei Monaten schon kommen müssen damit. Wir sind ja jetzt schon über einen Monat drüber, über die Zeit, wo eben die Anträge gestellt werden dürfen, der Anbauvereine. Und diese Verzögerung und diese unklare Situation, was denn jetzt überhaupt diese Präventionsbeauftragten für ein Zertifikat brauchen, führt eben gerade dazu, wie ich eben sagte, dass die meisten Bundesländer noch gar keine Anbauvereine genehmigt haben, weil die sagen, ja, also euer Präventionsbeauftragter hat ja auch keine Schulung gemacht und gibt ja auch gar keine Schulung und deswegen lehnen wir uns jetzt erstmal noch drei Monate zurück und machen gar nichts. Aus dem Punkt sozusagen können sich viele Bundesländer, die da keinen Bock drauf haben, zurücklehnen und sagen, wir machen jetzt mal langsam. Zum Beispiel hat Brandenburg auch gerade erst noch Stellen ausgeschrieben für die Anbauvereine. Die lassen sich also irre viel Zeit. Dauert sowieso alles noch einen Monat und können sich locker drauf zurücklehnen und sagen, ja, das macht ja nichts, die haben ja sowieso noch keine Schulungen da. Oder Bayern hat selber Schulungen angeboten über irgendwie landeseigene Behörden, die im September angesetzt sind und danach, wenn da Zertifikate dann ausgestellt sind, kann man dann mal über die Genehmigung reden. So läuft das halt gerade und das hat eben auch damit zu tun, dass das BMG jetzt eben erst dieses Mustercurriculum liefert. wäre das jetzt am besten Mai schon gekommen oder so, dann hätte man sich viel besser darauf einstellen können, dann hätten viel mehr dann eben die Schulungen auch schon in der Tasche gehabt, wenn es dann jetzt an die Anträge geht. Inhaltlich ist das, glaube ich, ganz okay. Er schlägt einen wieder mit irgendwie, ich glaube, über 60 Seiten. Das Ding haben wir natürlich jetzt nicht alle gelesen, ist diese Woche rausgekommen. Aber ich habe mal überflogen. Inhaltlich scheint mir das grundsätzlich so ganz in Ordnung zu sein. Das sind wirklich nur Überschriften, habe ich gelesen, so Inhalte, wo man denkt, okay, das ist schon in Ordnung, wenn da die Präventionsbeauftragten mal drüber geredet haben, mal irgendwas drüber gehört haben. Das kann man schon so machen. Und mit 16 Zeitstunden, die da angesetzt sind, ist das eben auch ein Bereich, den man da, also den man machen kann. Das ist schon irgendwie so zugeschnitten, dass denen klar ist, das darf jetzt nicht irgendwie Wochen und Monate dauern. Das wird wieder eine Riesenhürde letztendlich auch für die Vereine und würde wieder zu weniger Anbauvereinen führen, wenn das jetzt da auch nochmal so ein großes Ding wäre, dass man da irgendwie eine Ausbildung machen muss oder so. Zumal ja die eigentlich gar nichts zu tun haben sollen, nicht viel, diese Präventionsbeauftragten, die sollen jedenfalls niemanden therapieren, sondern eben die Leute, die Probleme haben, weiterleiten an die kommunalen Profis, sozusagen die Drogenberatungsstellen. Es geht nur darum, sozusagen Erstgespräche zu führen, zu erkennen, wann hat jemand ein Problem und was ist überhaupt ein Cannabis-Problem und so weiter. Also das scheint mir in Ordnung zu sein. Welche Schulungen anerkannt werden, wer die überhaupt anbieten darf, das können wiederum laut diesem Muster-Curriculum die Landesbehörden, die zuständigen Landesbehörden, entscheiden. Das heißt, das wird wieder in jedem Bundesland auch anders sein. Es gibt ja auch private Anbieter, die das gerne machen wollen, irgendwelche Cannabis-Akademien und so weiter. Auch Drogenberatungsstellen, die diese Kurse gerne anbieten wollen und wer da jetzt tatsächlich genau das machen darf und was da anerkannt wird, entscheiden die Landesbehörden. Jedenfalls nach eben, da ist ja alles nur eine Handreichung, nur Vorschläge und so weiter. Insofern war auch zu erwarten, dass die Landesbehörden letztendlich sagen, wir machen das so, Punkt, im Gesetz steht das nicht, also euer Muster-Curriculum könnt ihr euch einen Hut stecken. Das machen vielleicht auch einige, weil viele Bundesländer damit gar nicht gerechnet haben. Die wussten gar nicht, dass BMG damit irgendwas kommen wird. Also selbst Landesdrogenbeauftragte und so weiter, die da relativ stark nah dran sind oder jedenfalls diejenigen in diesen zuständigen Behörden, die das mit den Anbauvereinen jetzt regeln sollen, die haben sich alle schon was Eigenes ausgedacht, was für Schulungen da gemacht werden sollen und haben gar nicht darauf gewartet, beziehungsweise wussten gar nicht, dass da was kommt. Also insofern, ja, vielleicht gar nicht schlecht gemacht, dieses Ding, ja, aber doch leider recht spät. Guckt euch das selber an, ist der Link in der Videobeschreibung. Ich knüpfe auch beim nächsten Thema nochmal eine Geschichte von letzter Woche an und zwar die Stecklinge, die beim bayerischen Aktivisten und Unternehmer Wenzel Civerny beschlagnahmt worden sind auf dem Festival, obwohl er selber in seinem Laden auch schon irgendwie tausende Stecklinge vertickt hat, wo das kein Problem war. Und jetzt gab es einen schönen Artikel in der Süddeutschen, die dann nochmal nachgehakt haben, bei der Staatsanwaltschaft, was da eigentlich los ist und wieso so die Pflanzen beschlagnahmt haben und auf welcher Grundlage das jetzt verboten sein soll. Und die Antwort ist einigermaßen verblüffend, ja, die sagen, ja, wissen wir ja gar nicht, ob das verboten ist oder nicht, ne, das können wir ja gar nicht sagen im Moment. Und deswegen macht man das. Deswegen haben sie beschlagnahmt, ja, man muss ja auch irgendwie klären, ob es legal ist oder nicht, wenn man nicht weiß, ne, und dafür sind dann eben auch Staatsanwaltschaften da, sagt die Staatsanwaltschaft Landshut, die da jetzt zuständig ist. Ganz konkret, es sei jedoch auch Aufgabe der Staatsanwaltschaft, unklare Rechtsfragen zu einer Erklärung zu führen. Das mit der Sicherstellung der Cannabis-Checkung in Erding begonnene Ermittlungsverfahren trage dazu bei. Letztendlich müssten offene Fragen, die das neue Cannabis-Gesetz nicht eindeutig beantworte, wohl von Gerichten geklärt werden. Und zwar bis hinauf zu den höchsten Instanzen. Ja, also passt wiederum zu vielen Dingen, passt zu unserem eigenen Ansatz, dass wir auch Prozesse unterstützen wollen, wo das irgendwie passt und wo es gerade darum geht, Unklarheiten im Cannabis-Gesetz letztendlich von höchstrichterlichen Instanzen zu einer sinnvollen Klärung zu führen. Aber eben, die repressive Seite macht das auch so, ja, die sagen auch, wir könnten die auch in Ruhe lassen, die möchten mit ihren Steckklingen, ja, das ist ja gar nicht so klar, ob das verboten ist und das ist ja auch in anderen Bundesländern so, aber wir sind ja hier in Bayern und Bayern will natürlich irgendwie maximal noch rausholen an Repressionen und sagt eben, gut, lasst uns denen mal hinterherrennen und klären, ob wir die nicht doch irgendwie dafür verurteilen können, wenn die Leute da irgendwo Stecklinge verkaufen. Passt auch zu dieser Lieb-Kampagne wiederum, die ich eben erwähnt habe, ja, dass Lieb selber sagt so zur Polizei und natürlich auch zur Staatsanwaltschaft, zu den Strafverfolgungsbehörden eben, entspannt euch mal, ja, ihr müsst das nicht verfolgen, das ist irgendwie Blödsinn, das tut keinem weh, irgendwie kümmert euch lieber um echte Verbrecher. Aber ja, wir werden sehen, wohin das Verfahren führt, vielleicht ist eben genau dieses Verfahren jetzt das, wo man letztendlich ein höchstrichterliches Urteil dazu kriegt, was ist ein Steckling und was darf man damit machen und was nicht. noch eine eher negative Nachricht, die diese Woche reingekommen ist, ist die, dass weiterhin Bundeswehrsoldaten in ihrer Freizeit nicht kiffen dürfen. Das gilt jetzt nicht für zivile Angestellte der Bundeswehr und auch nicht für Reservisten, aber alle, die irgendwie aktiv Soldat sind bei der Bundeswehr, sollen nach einer neuen Handreichung zum Umgang mit dem Konsum-Kannabis-Gesetz nicht in der Freizeit konsumieren dürfen. Ja, also bleibt einfach streng verboten für Soldaten zu konsumieren. Was natürlich ein Witz ist, weil gleichzeitig ja der Alkoholkonsum in der Freizeit kein Problem ist. Ja, da haben die nichts dagegen und argumentieren dabei mit der Flashback-Gefahr. Die haben irgendwo rausgekroßt, dass irgendwann mal irgendwer geschrieben hat, es gibt doch Flashbacks bei Cannabis, dann sind die Leute auf einmal wieder tierisch drauf, so aus heiterem Himmel, so brumsi-bumsi sind da auf einmal total bekifft. Das ist natürlich blöd, wenn man dann gerade irgendwie, was weiß ich, als Fallschirmspringer aus dem Hubschrauber springt und Terroristen töten will oder so, ja, dann haben wir keinen Bock jetzt oder so. Das will man natürlich vermeiden, aber das ist ja auch Blödsinn, das gibt es nicht. Ich kenne überhaupt keinen einzigen Cannabis-Konsumenten, der mir je erzählt hätte, ich hatte ein Flashback. Ich war eine Woche nach im letzten Konsum, auf einmal, bam, war ich knatschlich. Das habe ich noch nie gehört, das gibt es nicht, das ist Quatsch. Aber bei der Bundeswehr gibt es das noch und deswegen darf man bei der Bundeswehr nicht Cannabis konsumieren. Wir sind gerade noch dabei, diese, beziehungsweise jemand ist dabei, den rauszukriegen, den tatsächlichen Text dieser Handreichung. Ich hoffe, dass wir den auch bald in der Hand haben und auch da, wenn wir dann mal gucken, ob man da nicht juristisch gegen vorgehen kann, also das könnte durchaus auch verfassungswidrig sein, vor allem wegen Ungleichbehandlungen und so weiter. Das ist kein Unterschied, ob die Leute in ihrer Freizeit Cannabis konsumieren oder Alkohol. Abgesehen davon, dass die Leute nach Cannabis-Konsum schneller wieder fit sind im Zweifelsfall, wenn es viel war, bei Alkohol nicht so und dass die ihrer Gesundheit weniger schaden. Aber bei der Bundeswehr gibt es Flashbacks. Naja. Noch eine negative Nachricht und eine Diskriminierung von Cannabis-Konsumenten, die weiter anhält, ist die von der Uni Rostock. Die haben neue Regeln zum Gesundheitsschutz getroffen, sagen die, und zwar unter Alkoholeinfluss und unter dem Einfluss berauschender Substanzen, Drogen und Medikamente darf nicht gearbeitet werden, sowie nicht am Lehr- und Forschungsbetrieb teilgenommen werden. Und das bezieht sich auch ganz konkret jetzt eben auf das Cannabis-Gesetz. Ja, und die wollen eben nicht, dass an ihrer Uni Cannabis konsumiert wird. Und mit dieser Formulierung verbieten sie auch medizinischen Konsum von Cannabis. Das ist ja ausdrücklich auch von Medikamenten die Rede. Das heißt, Leute, die überhaupt durch den Konsum von Cannabis erst arbeitsfähig sind, aufnahmefähig, was weiß ich, weil sie keine Schmerzen haben oder weniger Schmerzen haben, die dürfen nicht an die Uni. Ja, die müssen mit Schmerzen an die Uni kommen, was ja übrigens auch für andere Medikamente gilt. Berauschende Substanzen, dazu würden ja auch schwere Schmerzmittel zum Beispiel gehören. Da ist wahrscheinlich der ein oder andere ältere Professor vielleicht auch von betroffen oder so. Also auf jeden Fall eine Diskriminierung, was Cannabis-Konsumenten und Patienten angeht. Während weiter unten dann in derselben Regelung steht, der Konsum von Alkohol auf besonderen Feierlichkeiten im dienstlichen Kontext, zum Beispiel Provisionsfeiern, Dienstjubiläen, Studentenpartys und so weiter ist möglich. Soviel zur Uni Rostock. Da sind die auch noch nicht so ganz in der neuen Zeit angekommen. die sollten nochmal darüber nachdenken über diese Verordnung und ob nicht zumindest der medizinische Konsum von Cannabis auch im Uni-Betrieb möglich sein muss. Ja, also ich meine aber in meiner Meinung nach müssen die das genehmigen. Das geht gar nicht, das hat ja verbieten, aber auch da werden vielleicht am Ende wieder Gerichte das letzte Wort drüber haben. Damit sind wir bei den Terminen, die sind auch schnell vorbei heute. Vier Stück und zwei davon haben schon mit der Handfahrrad zu tun. Einer ist gleich heute Abend, also 9.8. 21.15. Vielleicht sind auch die ersten Videos hier in der Lage da auch schnell hinzuflitzen, die schon in Berlin sind oder sowieso da. Vielleicht seht ihr gerade im Freiluftkino Hasenheide hier ganz frisch die News, bevor der Film Bob Marley One Love losgeht als Hanfparade-Spezial am Vorabend der Parade und das ist der zweite Termin morgen nämlich 10.8. Legalisierung aber richtig Berlin Hanfparade habe ich schon erwähnt in der Sendung, glaube ich. Und in Wuppertal tritts die Ortsgruppe des Handverbands am 13.8. Und in Virenheim die Ortsgruppe Rhein-Neckar, die sind sonst immer in Mannheim-Heidelberg unterwegs und so. Virenheim weiß ich nicht, ob ich schon mal vorgelesen habe, jedenfalls nicht oft. Also ein großes Glück für Virenheim, unsere Ortsgruppe kommt auch da mal vorbei und macht ein Treffen. Das war's. Liked das Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, schönen Tag und Gruße am Abend und morgen Hanfparade. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.